und Jojo Leute und Hanne hat sie kommen zu einer weiteren Aufnahme von Tollcraft die Tropper wir gehen in die Map to winters coming nachdem wir in der letzten Map so richtig gefickt wurden äh Spawn point Spawn point Spawn point Spawn point da drei zwei eins Fick's euch einfach Fick's euch einfach hart alle Futter stirbt wir haben auch hier ich war vorbei an dem Block und ich sterbe und ich bin wahrscheinlich wieder Alter ich habe einen Shortcut gefunden danke Futur No ich hab ach so und ich war Wende ich verstehe was zu Behinderung ja ich ich immer kann hier nicht abkürzen das habe ich auch schon raus gefunden nach schweißen er versucht abzukürzen steht man einfach die Hälfte ist aber gut an die an die Kater heute ich halte Reis wenn ich in die falsche Richtung Futter überlebt in die Box und die Sterbkei aber hier habe ich wieder von FBS-Zahlen die Möp spielt sich besser zu auch ok das ist was durchstellt und alt und jetzt was das gewonnen wo ich dachte jetzt schon bisschen mehr wenn er hat mit zwischen abschließt ich glaube wir brauchen noch keine Zwischenpunkte was sind nicht so viele Sprünge euch der Bedeutung er und die Städte das ist gut ich bin runtergewehrt wirklich machen nicht verlaufen und das ist so schön unglaublich das Glitschen regt mich auf ja du musst halt shiften yes so you believe in center vielleicht oh mein Gott Lars Sprung also und ich bin tot ähm grün und rot ja das ist die Frage glaubst du an santa clavis ja an dem rot also nicht nähe eigentlich nicht mehr ja dann ist jetzt die Frage grün oder rot glaubst du oder glaubst du nicht ähm ich weiß ja dass die Antwort gestorben wo verpiste ich doch mal ohne Pizzer immer eine Mauer weiß die Antwort er hat sie ausprobiert hat frucht die frucht die Schöße und es auch falsch gesprungen und dann ist eigentlich klar was die richtige Antwort ist ich habe nicht geguckt wo hin gesprungen ist auch mein Gott nicht aber eigentlich ist es klar du ihr belief in Magic Alter es ist rot alt ich boxe mich hier mit meinem Knochen der letzten der letzten durch nein wie ich jetzt nicht sprinten konnte auch abkürtet wo ich jetzt überlebt ich habe zu überlegen das gab es aus der Weg aus steht zu ihr belieben Märtyk Märtyk komm schon ich sterben ich bin noch zu jung zum stellen die nicht habe ich auch kein Bock auf die das Sprung in der Klinik und wenn man es jetzt beendet der Jürgen Leone aus okay was ich glaube was das ist in der Lobby er ist in der Lobby ist dass sie gewonnen er hat sich genoten es Lobby hat mich abgewandt okay dann dann gibt es mal wieder an Markus so und die Punkte ist auf Lapps nicht aber ich glaube ich glaube ganz ehrlich wie viele haben wir noch auch eine ja dann gut läuft das verloren wir haben er bietet ach du scheiße mann hier und man fällt einfach ins und okay das heißt wir müssen uns ans von beiden direkter vorsetzen kann ich jemanden ja gleich nach so einem treibend so denn jetzt erstens von von vor diese Platte und auch nicht drauf aber ich eine dritte oh her er hat sagt falsche Platte dann müssen das auch die ganze Fahne welche Blocks Decker von Pant O. Tetris in der Kredite macht ihr ich schätze in dem der den Tod richtigen Wegnehmen in der Kredite im Kredite im Kredite im Kredite im Kredite im Kredite im Kredite ich sehe ich gar nicht ich verg scène nichts geben dem 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 omdat den mädliches Mon touching richtig vorweiten Person ste锁 was er in der Welt Prozent der Söhne soll ich heute wählen wie auch noch die Hörer aus der Garten ich habe mich nicht mehr mit zurück ich bin irgendwo keine Ahnung wo die Hörer gesagt vor welchem Block für den Scheiß-Bomb hat jetzt noch da nicht drauf setzt ein Sponpoint und auch dann drauf nur weiß warum es davor setzen muss das ist doch weil ich bin ganz andere mit gewesen das ist nicht ich verstehe nicht immer hier überleben zu Prozent Prozent ein Erwerbungen fehl er da ich habe mich am liebsten glaubt ihm ist einfach ein fähig aber man ist unten irgendwo wasserflöcke ist ich verstehe ich verstehe was man kann überleben man kann überleben ja also ich denke wenn es kein Fake-Wasser ist oder so was das Wasser gekostet natürlich herr wo ach scheiße da weil ich verspiele würde ich sagen du schaust einfach wenn du stirbst nach oben siehst du es wenn du gescheitst wird sehen kannst ja nein ich sehe noch kein Wasser ja 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 ey komm diese Millimeter ne wie groß ist denn das Wasser ein Block was ja da bestelle ich auch die ganze Zeit ein Millimeter daneben nein man es ist doch ey oh leck ey die doch sterben hier missgeboten jetzt kann ich nicht in die Lobby rein mal wasser sein ah ich hab's ich hab's ich hab's ich hab's ich hab's wasser auch gefunden scheiße äh mann oder es ist doch wasser da oder ja es ist Wasser ich weiß noch nicht in welche Richtung man springen muss gerade aus nach vorne oder nach hinten ja 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 nein mal so fucking es ist doch da ich hab wasser gefunden mal alter es ist es einfach manche von diesen blauen Formen zum Wasserblöcke genau und ich weiß jetzt welche ich auch aber ich hab das immer nicht ich hätte schon hundertmal schaffen können aber ich bin auch direkt daneben okay ich habe ihn gefunden die auf die Wand kann man auch gehen kommen oh mein Gott ich hätt's geschafft man muss sie gar nicht verwandt was sie ein Block ein Block Block gewonnen wo ist der Ausgang aber nicht du hast die behinderte Ausgang hier sind einfach ganz viele Wasserdinger äh meiner ist übrigens leichter wie eurer dem wo ich benutzt hab und direkt hinter euch ist quasi auch einer und back to hub ich hab gewonnen ich bin wieder im hub und ich auch Gott dann war's das mit dieser Map 0 so ich würd sagen Leute das war's mit der Map ich krieg nochmal ein Sieg drauf und dann der Endstand von den schwierigen Maps sieht dann so aus 10-4-1 10-3-1 10-4-1 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 und wenn es sei denn hier mal gucken bis zeitlich geht ich denke mal wenn es erst mal wieder so die nächsten Tagen zum Blendezeit vor produzieren mal wieder denke ich auch oder was sagst du da so machen das nächste Mal wenn es geht wahrscheinlich bisschen so ein zwei stündchen Blendezeit damit wir da wieder ein zwei vorher ein zwei Wochen überbrücken können und danach würde ich sagen bis dahin bin ich bestimmt wieder eine neue coole Map schenk ich wieder Foto und dann geht's hier bei uns wieder weiter ab geht die Party und die Party gedacht würde ich sagen Juhu Ciao 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 Ciao